Alter... Es dreht sich, ne? Ja... Ja, ne? Ah, was ist hier denn da? Ein bisschen Worte da. Er hat auch was gemacht. Ah, was ist hier denn auch wurscht? Kann man mehr sehen. Hieromit wird gleich nicht mehr da. Kommt doch noch mal da hin. Ach du Scheiße. Das ist ein Funnel ist das. Oder... Das ist ein Tornado. Ach guck mal an. Das ist ein Tornado. Das dreht sich aber definitiv den Auffall. Ach du Scheiße. Das ist ein Tornado. Ja, der dreht sich. Guck mal an. Ach du Scheiße. Und wie schwarz ist das? Ach, da ist ja tiefschwarz. Das dreht sich ja voll da hin. Das Teil der Kuppel ist näher. Das ist... Das ist... Das ist zweifel zwei ein Tornado. Das ist ein Tornado ist das. Scheiße, das der da hinter den Bäumen ist. Ach... Ach... Das ist ja voll... Hammer... Schwarz. Ach... Das ist ein riesen Teil. Guck mal da. Wer sind das denn heute? Der hat... Der hat... Der hat Bodenkontakt. Siehst du, jetzt ist er weg. Ja... Ja... Oh wei... Ist das doch Wüste man gibt. Die ist ja voll von Sieg. Der hat doch Boden kontakt, da... Da ich nicht, aber... Das gibt es doch schon. Ich weiß es nicht, aber... Ich weiß es. Ich weiß es aber nicht. Na? Na? Oh, das ist aber jetzt nicht hier. Guck mal. Das ist aber jetzt nicht. Oh mein, oh mein. Guck mal da. Das ist da die Zahle da. Das sieht aber schwergrün aus. Na, na. Da ist ein Monstrum. Guck mal an. Da ist ein Monstrum. Da ist das. Ho ho ho. Oh wei. Da kommen wir nicht mehr Haie raus. Habe ich das Gefühl. Oh oh. Ah, er war extrem tief, du. Ah, jetzt ist er. Das dreht sich da. Das dreht sich da noch und nöcher da hinten. Ho ho. Das ist absoluter Hammer. Nicht das dann hier auch noch was runter kommt. Da müssen wir mal aufpassen. Was ist das? Das hier auch noch was runter kommt. Ich hab'n Kopf hier. Das ist sehr tief. Ach, das sieht ja voll Wahnsinn aus. Oh mein Gott. Oh, ach du Scheiße. Muss ich film das jetzt? Ja, guck mal. Da hinten siehst du schon den Turm. Kann sein, dass wir genau dazwischen rutschen. Kann sein, dass wir genau dazwischen rutschen. Kann sein, dass wir hier wegkommen. Wie gesagt, Füße stürzt. Muss aber wahrscheinlich auch ein Weg sein. Das ist zunehmend. Vielleicht müssen wir mal gucken, dass wir hier wegkommen. Uns haben wir verloren hier. Das Teil hinten ist halt voll Bodenkontakt gehabt. Da hinten bin ich nur über fast 100% sicher. Boah, das kann man auch schlecht sagen eigentlich. Boah, das ist heftig. Boah. Das dreht sich um die eine Achse hier auf. Ach du Scheiße. Guck mal her. Aula. Aula. Audien. Jetzt sieht's nämlich wieder so aus, als ob er da hinten Boden Kontakt hätte. Also mich wird's nicht wundern. Aber vielleicht muss man hier zu machen, sonst... Jetzt kann man hier voll fallen. Ich freue mich doch. Ich freue mich doch. Oh mein Gott. 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 Es geht gleich los. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020